Walt Dahl, Hexen, Hexen. Erstes Kapitel, eine Bemerkung über Hexen. In Märchen haben Hexen immer alberne schwarze Hüte auf, tragen schwarze Umhänge und reiten auf dem Besen. Diese Geschichte hier ist jedoch kein Märchen. Sie handelt von echten Hexen. Und das Wichtigste, was ihr über echte Hexen wissen müsst, ist das Folgende. Passt also gut auf und merkt euch alles, was ich euch jetzt sagen werde. Echte Hexen tragen ganz normale Kleidung und sehen auch aus wie ganz normale Frauen. Sie wohnen in normalen Häusern und sie üben ganz normale Berufe aus. Deshalb ist es ja so schwer, sie zu erwischen. Eine echte Hexe hasst Spacken so glühend, dass es zischt. Und dieser Hass ist verzehrender und verheerender als alle anderen Gefühle, die ihr euch selbst in euren ärgsten Träumen vorstellen könnt. Eine echte Hexe schmiedet Tag und Nacht die schlimmsten Pläne, um alle Spacken aus ihrer Umgebung zu vertreiben. Einen nach dem anderen schön zu erledigen, ist die innigste ihrer Genugtuung. Das ist ohnehin das Einzige, worüber sie den ganzen Tag lang nachdenkt. Selbst wenn sie als Kassiererin in einem Supermarkt arbeitet oder für einen Geschäftsmann Briefe tippt oder in einem tollen Schlitten durch die Gegend kurvt. Und genau solche Sachen wären vollkommen normal für sie. So tickt es ununterbrochen in ihrem Hirnkasten. Ränke werden gesponnen und Fallen gestellt und Komplotte geschmiedet und er blubbert und siedet und kocht ihr die mörderischsten, blutrünstigsten Gedanken aus. Welcher Spack, so fragt sich unablässig Tag aus, Tag ein die Hexe, welcher Spack genau soll als nächster fällig sein, damit ich ihn zermalmen kann? Eine echte Hexe kniet sich nämlich mit der gleichen Wonne in das Spackenzermalmen, wie ihr eine Portion Erdbeeren mit Schlagsahne esst. Sie erledigt im Schnitt einen Spack pro Woche. Wenn sie das nicht schafft, kriegt sie schlechte Laune. Einen Spack pro Woche, das bedeutet 52 Spacken pro Jahr. Schnapp ihn dir und schlag ihn ein. Dann wird der Spack verschwunden sein. Das ist das Motto aller Hexen. Sie gehen immer sehr sorgfältig vor, die Hexen. Zuerst einmal wird das Opfer ausgewählt. Dann schleicht sich die Hexe an das Unglücks-Spack wie ein Jäger heran. Der einem kleinen Vogel im Wald auflauert. Lautlos setzt sie ihre Füße auf. Geräuschlos bewegt sie ihre Glieder. Näher kommt sie. Immer näher. Und dann zum Schluss, wenn alles bereit ist, schwupps, packt sie zu. Funken sprühen, Flammen tanzen, Öl zischelt, Ratten quieken, Haut schrumpelt. Und der Spack ist verschwunden. Ihr müsst nämlich wissen, eine Hexe schlägt Spacken nicht den Schädel ein. Nein. Sie bohrt ihnen auch kein Messer in den Leib. Und sie erschießt sie auch nicht mit Pistolen. Leute, die sowas machen, die werden von der Polizei verhaftet. Eine Hexe wird niemals erwischt. Ihr dürft nicht vergessen, dass sie bis in die Fingerspitzen voller Zauber steckt. Und dass ihr die Teufeleien nur so im Blut tanzen. Sie kann Wackersteine wie Frösche in der Gegend herumwerfen und Flammen über Wasser züngeln lassen. Diese Zauberkräfte sind wirklich fürchterlich. Glücklicherweise gibt es heutzutage nicht mal allzu viele echte Hexen auf der Welt. Sie sind aber immer noch zahlreich genug, um einen nervös zu machen. In Deutschland gibt es höchstwahrscheinlich so um die 10. Manche Länder haben mehr aufzuweisen, andere sehr viel weniger. Völlig hexenfrei ist kein einziges Land auf der Erde. Eine Hexe ist stets eine Frau. Ich möchte gewiss hier nicht schlecht von Frauen sprechen. Die meisten Frauen sind entzückend. Es bleibt jedoch die Tatsache bestehen, dass sämtliche Hexen weiblich sind. Männliche Hexen gibt es nicht. Andererseits, ein Dämon ist immer männlich. Und von Kobolden muss man das auch zugeben. Beide sind gefährlich. Aber keiner von beiden ist auch nur halb so gefährlich wie eine einzige echte Hexe. Wie Spacken anbelangt, so ist für sie eine echte Hexe bei weitem das gefährlichste Geschöpf auf Gottes ganzem Erdboden. Was sie doppelt gefährlich macht, ist die Tatsache, dass sie überhaupt nicht gefährlich aussieht. Selbst wenn ihr alle Geheimnisse der Hexen kennt und ihr werdet sie gleich noch erfahren, so könnt ihr doch niemals hundertprozentig sicher sein, ob ihr wirklich eine Hexe vor euch habt oder einfach nur eine nette Dame. Wenn ein Tiger imstande wäre, sich das Aussehen eines großen Hundes mit einem freundlich wedelnden Schwanz zu geben, so würdet ihr vermutlich auf ihn zugehen und ihn am Kopf kraulen. Und das wäre dann euer Ende. Mit Hexen ist es nun genauso. Sie sehen allesamt wie freundliche Damen aus. Schaut euch zum Beispiel das Bild da vorne an. Welche Frau ist die Hexe? Das ist eine schwierige Frage, aber genau darauf muss jeder eine Antwort geben können. Nach allem, was wir wissen, wäre es also gut möglich, dass direkt neben euch eine Hexe wohnt. Sie könnte natürlich auch die Frau mit den leuchtenden Augen sein, die ihr heute früh im Bus gesehen habt. Oder die Dame mit dem verlockenden Lächeln, die dir heute Morgen auf der Straße aus einer weißen Papiertüte ein Bonbon angeboten hat. Sie könnte auch, und jetzt schlackern euch sicher die Ohren, sie könnte auch eure reizende Lehrerin sein, die euch genau in diesem Augenblick diese Worte hier vorliest. Betrachtet euch jetzt mal diese Lehrerin genau. Vielleicht lächelt sie über die Absurdität einer solchen Vorstellung, aber lasst euch davon nicht ablenken. Es könnte ein Teil ihres Plans sein. Ich will euch selbstverständlich nicht einreden, dass eure Lehrerin eine Hexe ist. Ich erwähne nur, dass sie eine Hexe sein könnte. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, aber, und das ist ein großes Aber, es ist niemals ganz und gar ausgeschlossen. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, bombensicher zu wissen, ob eine Frau eine Hexe ist oder nicht, dann könnten wir sie nämlich alle zusammentreiben und durch den Fleischwolf jagen. Unglücklicherweise gibt es keine solche Möglichkeit. Was es jedoch gibt, ist eine Anzahl von winzigen Warnzeichen, nach denen ihr Ausschau halten könnt. Es sind kleine Macken, die alle Hexen haben. Und wenn ihr die kennt, wenn ihr sie niemals vergesst, dann könnt ihr es vielleicht schaffen, den Hexen und ihren spitzen Fingern in der nächsten Zeit zu entkommen. Amen. Amen.